hallöchen ihr bahnhausen da draußen so und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer x-runde x-com enemy was in im long world wir haben letzte folge unseren schönen kleinen dinges verloren unseren schönen ja satellit genau das wort habe ich gesucht den satellit haben wir verloren und ist halt so was machen wir versuchen jetzt das kleine raumschiff zu kapern crash crash schauen wir mal leider muss ein satellit verloren obwohl wir nur ein ufer durchgelassen haben weil wir keine raven mehr hatten oder keine abfangenjäger und ich merke gerade warum habe ich nicht immer wenn ich gerade die aufnahme anfang trockenen halt gar nicht ist nicht wahr ist nicht wahr ach ja gut mineralwasser jetzt aber ja passt 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 so schauen wir mal eine ufo in der stadt so wie es aussieht ja dann gucken wir mal was die sache ist wie du mal so sektoiden jawohl war ja klar irgendwas ist ja immer 41 prozent das ist gar nicht so wenig so kann man den ab versuchst oder auch nicht warum auch ja damit so sieht dann mir aus wo ist denn der sniper erstmal um den stein rum und alle im overwatch da ist der sniper 50 prozent du bist dass meine inne in der dingens irgendwo hin das sind wenn du da eigentlich ist diese dann auch her 50 prozent habe ich kann nicht feuer mehr okay dann muss das der die web stimmt du kannst ja nur eine sache so schauen wir mal was passiert wir haben beim overwatch er wird verbessert das waren vier oder hätten jetzt machen der schießt war klar objektion shot 46 und weggeknallt sehr geil das war gut kommt auch wenn man mich zeigt das war gut dass er daneben geschossen hat wo ist der sniper 70 prozent kommen klar danke sehr geil gemacht sehr geil ja das problem ist nur ich komme mir nicht wirklich irgendwo hin 37 ok ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt du bist mal dahin ja da sind noch mehr scheiße es kommt sondern von der seite verdammt war das so 41 sauber so bär so park du bist mal bitte hierhin zum park du gehst hierhin du hast einen flankiert 68 prozent sehr geil läuft doch bei uns würde ich sagen so auf du gehst du gehst hierhin darüber sehr gut ich hab zwar jetzt keinen overwatch aber ist nicht ganz so schlimm aber der will abhauen feige stück komm zurück du feige sau so du bist mal hierhin bis hierhin bis hierhin habe ich eigentlich irgendeinen beid ja du hast ein medikit sehr gut ich habe nicht gesagt dann heil die mal sehr schön du gehst bitte dann hierhin wir sind im overwatch du kumpel gehst dahin in der overwatch und du ja du gehst dahin einfach so im overwatch so jetzt haben wir noch einen sniper sniper geht mal hierhin sehr gut dann machst du wieder Steady Weapon schau mal wenn er nämlich ein Sichtfeld kommt dann wird er dann mit 70 abgeknallt hm da ist ein Meltcontainer da vorne ne so auf die beiden geht mal hierhin im overwatch beide du gehst auf jeden Fall weiter vor du auch sehr gut dann ist mein sniper der schnipper geht mal dahin sehr gut genau und du descht mal hierhin sehr gut ok die hören was die hören was ah ja da kommt doch einer da ist doch einer na gut so du gehst mal dahin in die Ecke so so passt's scheiße die sieht den nicht du siehst den 24% probier mal dein Glück sauber getroffen geil geil so du descht mal hier rüber wenns geht genau und du descht mal hierhin kleiner Sniper genau so wenn wir jetzt die Flanken gedeckt weil die beiden im overwatch waren war overwatch waren mein gott war ein schweres wort was wo wo ist der Melt ist alien object inside hat die gesagt eigentlich aber wo sie wo es ist weiß ich nicht so ihr geht alle mal das ist doch ein ufo absturz ne wo ist denn das ufo frage ich mich gerade ein bisschen du gehst mal dahin du gehst mal dahin okay da ist nichts dann gehst du mal hier rein da ist es da ist ein ufo mitten im haus scheiße habe ich jetzt gar nicht gar nicht mit gerechnet verdammte axt so pass auf dann ist Sniper der stellen wir dort mal hier hin genau dann machst du ja die weppen und du gehst bitte auch hier hin weil da vorne ist der ufo eingang halt ach hätte ich jetzt nicht gedacht da kommen sie und da kommt die ersten reaction shot der erste und weg gegen jawohl das ist richtig gut die zeigen sich und werden abgeknallt da kommt der nächste besser kann es nicht laufen echt mal die kommen zeigen sich und werden abgeknallt besser geht es nicht so du bist alle du bist alle okay da kann ich leider nur dashen das ist doof was ist hier oben naja das ist aber auch blöd eigentlich so dann stell dich mal dahin erstmal so du gehst mal dahin gehst im overwatch du gehst auch im overwatch jetzt und du gehst auch hier hin und gehst auch im overwatch und da kommen wieder einer der park schmerzen oh man wirklich über der kopfschmerzen da sei jetzt auch so voll getroffen hat ernsthaft ach da steht noch einer drin ahja ok ah da ist er action shot wo war's schade ach ach wer ist gekillt Eton ach nein Panik ist jetzt scheiße wartet ja 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 ich weiß den bitte den bitte so ne das war der ach warum saveste das denn nicht richtig frage frage hammer warum saveste das denn nicht richtig normalerweise machte mehrere autosave ja super das war vor zehn minuten weiß ich nicht egal dann ist das jetzt so dann ist halt der Eton gestorben da muss ich mir echt mal angucken weil normalerweise sollte der das eigentlich jede runde die der macht sollte der eigentlich safen toll schön daneben geballert kann ich eine granate schmeißen leck mich am arsch boah nix können sie habe ich aber noch einen ja da was hast du mit der granate du triffst du doch bestimmt ne ha 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 ich mach mir mal eine harte dahin so Eugen tschüss geht doch komm du mal da rüber du war sauber hast freigemacht ja die sind natürlich alles in Panik toll da ist noch beschissen wenn die zurückfallen ach jetzt habe ich auch noch gedrückt ha 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 komm geh da hoch ok ok das war wieder schwachsinn was ich gemacht habe wie immer ich weiß echt nicht warum der das nicht vernünftig safet ich kann es nicht sagen warum der das nicht macht geh mal da hin so und jetzt boah komm warum auch da kommt noch einer sauber oh ne reaction shots zwei stück und immerhin das ist mir doch egal egal boah was ist denn dein problem junge da oben ist immer noch 22 was ist denn los mit dir danke wo wir sind getroffen so nicht wahr ist ja wieder der shit ist da ist er doch ups 37 wow so wieder eine wahre pracht 38 also getroffen immerhin pass auf ich stelle du kommst immer hier runter da bringt es mir gerade herzlich wenig dass du da so beschissen stehst war klar da muss ich auch noch dahin habe ich ein medikit noch irgendwer ne gibt es nicht 50 prozent das ist echt der shit ne 50 prozent als sniper ist ja der hammer muss man ja sagen also da hat was 39 war klar ach sache hätte ich jetzt nicht gedacht boah regenerate ich kann regenerate ich kann regenerate ich kann guck mal boah treff doch doch herrgott das war klar dass sie jetzt daneben schießt dammit ist doch zum kotzen 39 ey ja wie ist es wieder einer getroffen ja wissen ja wissen wir ich regeneriere was ist ja kein problem ne du bist ein stück scheiße bist du echt mal danke wenn sie getroffen aber warum nicht gleich so naja wir haben leider einen verloren gut ist halt so ein rookie naja rookies sterben halt mal das ist so so die macht wieder one and gun ein grenadier du machst ne das haben wir schon gemacht wohl machen wir das ja oh ok achso dann kannst du was anderes machen ah ok ah was kriegt der denn jetzt hier deadeye flying targets aim and kill achso lone wolf hm das ist gar nicht mehr so schlecht grenadier engineer ok sehr gut was haben wir hier drei tage boah das wird hart hier ey juhu irgendetwas neues erforscht scope scope können wir jetzt machen nun marksman scope ok nicht schlecht alien material experimental warfare da machen wir alien material so haben wir hier marksman scope das will ich auf jeden fall schon mal haben zwei stück bitte dann hätte ich gerne noch normale scopes auch zwei stück danke sehr gut cool unser lift ist fertig auch gut was zwölf wäms ok wir ein engineer für mach mal passt unser satellite uplink ist fertig unser nächstes unser zweites um genau zu sein ja da sind sie das ist schon mal sehr gut das ist schon mal sehr gut und das heißt wir könnten dann wenn wir wieder cola haben noch ein satellit bauen ne das mach ich nicht weil dann habe ich kaum noch was ist und unser satellite ist fertig geil das heißt wir könnten jetzt ein satellite launchen und zwar ich würde sagen nach frankreich wieder machen wir auch und ran dann haben wir wieder ein satellit da oben das ist das ist ein bonus ist also sehr gut und da brauchen wir jetzt wieder ein paar kohle haben wir noch einbauen können na dann aber wir haben jetzt alle da das heißt wir nehmen auf jeden fall den snipper mit wir nehmen den assault auf jeden fall mit wir werden den rocketeer mitnehmen ein medic ich würde sagen noch ein gunner gunner und vielleicht noch ein sniper ein scout einen normalen vielleicht oder der hat dieses lightning geflexes ne dann nimmst du das rifle mit auch assault rifle bitte das ist eigentlich besser achso der ist ja schneller ok mach da mehr schaden 3 bis 5 4 bis 6 hallo dann nimmst du das mit haha genau dann nimmst du nämlich das weil du bist ein scout sniper ist klar ist auch klar dann haben wir noch rocketeer medic gunner ok und medic ja jo machen wir mal schauen wir mal alles gute leute bin ich mal gespannt gucken wir mal ne dann wird die folge aber ein bisschen länger jetzt mir doch egal das spiel macht aber laune das ist ja das problem da kann man sich nicht von losreißen und ich liebe x-com ich liebe x-com das ist so konzip ist hier und das heißt ich muss einen retten so wie es aussieht ach der thorn ja na dann obwohl ich lustigerweise ja nicht weiß wie das hier funktioniert mit dem scheiß autosave kack warum es nicht funktioniert das hasse ich für die pest wenn das nicht funktioniert dann mag ich einfach nicht ach das ist zorn boah halt doch die schnauze junge schauen wir mal was passiert ich höre auf jeden fall schon mal sektoren von irgendwo ich glaube die sind im gebäude oder auch am dach nein dünne männer ach ja nix okay ich habe jetzt nicht erwartet dass da nichts ist okay was auch dann du bleibst mal hier weil wenn der sich da oben zeigt kriegt der eine war klar ja ja ne du gehst mal bitte wieder zurück mein Freund denn du stehst da total beschissen du gehst mal hier würde ich sagen du gehst einfach mal da hin du gehst einfach mal da hin boah halt doch die fresse junge einfach mal die schnauze halten, lebst du auch länger? warte mal wo stand denn hinten? stand irgendwo einer, ne? hinten stand die, ne? ich schieße jetzt einfach mal hin, mal testen was war das denn? gott oh man da war aber ein ganz schlechter schuss action shot, delay me 55 ok, der war daneben, war klar aber gut, das ist also nix shot fail to connect, das hört sich so geil ach, der got me flinkt, ach ja, ja, träume weiter da unten du siehst einen, ne? 54%, jetzt schauen wir mal warum denn nicht treffen, einfach warum nicht? gehen wir bitte da hin du siehst auch, 21% ist ja wieder ein Witz boah, und ich komm nicht da dran ach, dann probier, nein, doch, probier, komm 22%, war klar, aber hol da tage ich den Winzen drauf ich mein, du hältst die Schnauze du gehst erstmal jetzt hier hin oh ja, oh ja, Freunde der Sonne Magic, du gehst auch mal dahin 39% Hammer, die Rookies treffen besser als die das gibt's gar nicht ist der Shit, wieder der ist auch noch dran, klar warte mal die Frage wäre, wenn ich hier hin renne das könnte funktionieren bis hier wenn wir da hin nein, der ist dann am Overwatch und der schießt dann eben ein Glück ein Glück, 88%, komm danke mein Gott 34% weißt du was? ich probier's jetzt nochmal alter, was ist los mit dir? wo schießt du hin? hammer hammer die Ische der Einzelne richtig tierisch auf Eier geht ist der Oma am Dach gut, dass er daneben geballert hat der ist auch noch flankiert jetzt nicht mehr da ist noch einer ich muss hier weg ich muss da weg weil du trist ja so nicht richtig obwohl warte mal den könnten wir vielleicht mit der Granate ausschalten den schauen wir mal natürlich nicht warum auch 37% weißt du was? du kriegst jetzt eine Granate vom KPS Entschuldigung tschüss auchse warum siehst du keinen? hmmm ist schlecht da kriegst du ein Steady Weapon da steht einer hinter ah ja der steht hinter der Wand ne scheiße stimmt jetzt wo du sagst warte mal treffe ich denn vielleicht durch die Wand wenn ich die Wand hier weg sprengt was geht das? ich tue es heute jetzt einfach einfach mal so mal ausprobieren nein die Wand springt da natürlich nicht weg schade du bleibst doch mal ganz dezent jetzt muss ich jetzt mal überlegen du bist ja toll du gehst mal da hin holt medic du dashst auf jeden Fall hier hinten hin irgendwo schau mal weil ich muss gleich auf jeden Fall gucken dass ich da irgendwie da kommt noch mehr super toll hey 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 immer geschmeidig bleiben da der Auxer kommt auch noch schießt zum Glück auch daneben ist auch nicht mit dran so jetzt gucken wir mal müssen wir mal überlegen du gehst mal da hin 58 58 ist eigentlich okay ne geht doch so der ist weg der ist weg der ist gut pass auf dann gehst du mal hier hin medic da war 29 29 ich muss den dünnen Mann wegkriegen irgendwie der ist schlimmer wenn der trifft wir haben noch eine flashbang aber die kann glaube ich nicht so weit schmeißen natürlich nicht 1% wow dann machen wir hier genau hanker down äh du dasht mal bitte auch hier hinten hin dahin so Batista ist natürlich unser Sniper Sniper würde ich sagen geht mal hier hin du machst deine Waffe bereit und du bleibst da um ihn hier zu schützen falls was ist genau da kommt nämlich was wusste ich doch wusste ich es doch dass da einer kommt hey 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 immer geschmeidig bleiben ihr Freunde was mit ihm ja was ist denn da los Junge so was haben wir denn hier 24 wow wow ist ja eine wahre Pracht wieder hier 24 ist ja der shit und haben wir eine neue der kann run and gun machen eigentlich pass mal auf da machen wir jetzt auch da machen wir jetzt hier hin so Kumpel mach ich mal vom Acker so du bist tot dann gehst du mal da hin du kannst ihn nicht flankieren du willst mich verarschen ne also du machst halt so gilt denn also auch gut so Batista 59% jetzt mach mal zeig mir was du kannst wofür ist die eigentlich Sniper geworden ich weiß ihn nicht ist echt ein Witz manchmal du bleibst Overwatch weil der Ochse da immer noch sitzt ach so da ich hab ja noch einen du sagst du 29 29 ist nicht viel ne so dann geh mal da hin Entschuldigung ist das jetzt auch 29 aber ich würde auf den schießen weil wenn der den trifft kriegt der andere auch Schaden schade hätte er sagen können wird ihr jetzt beide noch dran der könnte den jetzt natürlich abknallen Glück gehabt muss man ja noch sagen jemand triffst du mal dass auch du haust mal da ab bitte irgendwo hin du gehst mal da hin weil du hast nur noch ein Leben pass mal auf wie sieht das denn aus wenn wir mal von hinten dran gehen hier warum bin ich denn da nicht geschützt so du bleibst beim Overwatch du bist 39% Sniper weißt du komm ehrlich geh noch ein bisschen üben ist ja wieder der Shit oh die macht der macht jetzt Overwatch und da kommt es das gibt es nicht ne der steht vor der steht genug vor der Tür der Hammer ist das echt mal und da ist sie wieder 29% ja sicher die 29% Marke die bleibt da können wir sagen was man will und die 39er bleibt auch die ist auch gut oh die trifft ich glaube nicht geil den holen wir uns jetzt die Drecksa hallo uhu tschüss man aber pass auf du gehst mal hier hin und der andere kommt jetzt auch hinterher du gehst bitte auch hier hinten rein jetzt erstmal hier hin ja erstmal da hin so wie sieht das aus ah du musst noch zum zum Medic damit du dich heilen lassen kannst holt jetzt kommt die Ruhe so gleich wieder ein neuer das ist mir wohl klar so heil die Damen mal sehr gut du bleibst aber noch da du lädst nach du rennst schon mal hier vorne irgendwo hin Schnipper Olle du bist auch da das heißt du gehst mal hier rein der Guofeng 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 Tink du gehst da hin und du gehst auch hier hin schon mal ein weiter vor allem wenn du mich von da was kommt ja ja das war klar da kommen sie doch da kommt einer aufs Dach das war mir auch irgendwie klar so das heißt du gehst mal da hin und bleibst im Overwatch hier du heilst noch mal sehr schön dann ist die nämlich wieder voll die Dame die läuft schon mal hier vorne hin so du musst leider da weg äh am besten wäre ne ganze das heißt ich würde sagen du rennst mal da hin besser ist es Schnipper sieht natürlich wieder nichts warum auch Schnipper sieht nichts hm was mach ich mit dem Schnipper 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 stelle ich jetzt mal da hin komm du kannst auch nachladen 30 45 45 ist doch eigentlich gar nicht mehr so schlecht flankiert und hohe Tage hin und trotzdem daneben geballert natürlich was denn sonst du gehst mal rein muss head down der verbessert den noch ist klar ist klar und ja kommt noch ein Stück was ist denn alle Panik er ballert von da oben ist klar wie sie alle Panik haben Jammerlappen was ist denn da los alten Schnitzel Problem ist jetzt ich komm hier einfach nicht weg so du gehst auch mal hier rüber so du siehst wen siehst ach den da hinten 44 zeig ich mal oh treff doch mein Gott ist doch nicht wahr manchmal nein du gehst mal da hin komm der ist flankiert jetzt komm knall den ab da danke man geht der mir am Zeiger so der trifft der das ist nicht wahr manchmal kommst du jetzt auch runter davon oh nein au ey was ist mit deinem Scheiß da die ist immer noch Panik ist doch nicht wahr du Kumpel komm mal da weg bitte danke komm mal da weg hu 1% ja na klar 1% was denn sonst du kommst erst mal wieder hier hin oh let's dark was ach der ist flankiert wegen dem einen Ochsen da draußen äh doof pass auf dann komm mal hier hin das ist doch Schwachsinn du bleibst auch hier bei unten du machst auch Overwatch genauso wie du du musst kommen Kumpel dünner Mann ey wann ist los mit euch zweimal fast 50% und keiner trifft der shit was macht der denn im Overwatch ne gibt's nicht ne ach Freunde ja ich hab's verstanden ne funktioniert nicht was ist los mit dem scheiß Autosave ich will die Mission nicht verkacken ach nö warum macht der das nicht warum macht der das nicht ist das vielleicht das hier irgendwo hier irgendwas gibt's doch gar nicht hm das muss doch junger muss doch sein hier so hm verstehe ich nicht verstehe ich nicht ja gut dann ist das so dann machen wir das jetzt so zu Ende weil wir die nicht getroffen haben die Ochsen hier boah hier gibt's nicht 69% was ist los 75 geht doch mein Gott na ist klar weil ihr nicht getroffen habt Freunde darum habt ihr weil der ist ja jetzt tot ist ja nicht zu fassen ey komm 49% danke wo Gott sagt zeig ich warte drauf hast ja leider nicht geschafft Mission Failed tja ja gut wenn ich jetzt erstmal die Folge und wie immer sage ich zu euch wenn euch die Folge gefallen hat lasst ein Like da lasst ein Abo da lasst ein Kommentar da ansonsten wieder einen schönen Tag schönen Abend wie auch immer wir sind's beim nächsten Mal bei einer Runde XCOM Enemy US Inn im Long War Mode tschüssigen 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 tschüssigen